Der Begriff Assimilation beschreibt einen Prozess, bei dem sich eine Person einer fremden Umgebung anpasst. Cultural Assimilation liegt vor, wenn eine Person ihren kulturellen Hintergrund weitgehend aufgibt und die Traditionen und Werte der neuen gesellschaftlichen Umgebung übernimmt. Hierbei ist das Ziel, dass keine kulturellen Unterschiede mehr zwischen der Person und der sie umgebenden Gesellschaft feststellbar sind. Der Begriff kommt aus der Einwanderungspolitik. Dort beschreibt er die Angleichung einer kulturellen Minderheit an eine Mehrheit.